So, hallo zusammen und willkommen zurück zu meinem Kanal. Ich bin der Ricky und das ist EveryGamer. Gaming is in the air everywhere. Ich bin heute hier zum ersten Mal bei meinem ersten Clan-Training. Ich bin schon gespannt, was alles passiert und da sind noch einige Leute im Discord. Hallo zusammen. Hallo. Peace. Hi. Genau. Und genau, das war's heute schon. Kurzes Intro. Okay, jetzt kann ich annehmen bei dir, gell? So, dann nimm an, genau. So, dann gehst du auf privates Spiel, auf benutzerregistriertes Spiel, wie es genannt wird. Okay, das heißt, auf spielen, benutzerdefiniertes Spiel, okay, privates Spiel, ne? Genau, genau. Und dann? Da gehst du rein. Dann wirst du automatisch zu uns rüber gelockt. Echt? Aber muss ich noch Gruppenspiel beitreten oder irgendwas drücken? Ja. Du gehst auf privates Spiel, also Gruppenspiel beitreten, genau. Gruppenspiel beitreten. Okay. Okay, hier geht's schon richtig rund. Du gehst auf Unity Cast 2. Okay. Unity Cast 2. Unity Cast 2. Aha. Ja, okay, bin drin. So, und dann wundert dich nicht, was, äh, wie viel, äh, wie viel Tore es, äh, gefallen ist. Wie bitte? Das sind halt, wie gesagt, die, äh, wie viel Tore jetzt grad gefallen ist, wundert dich nicht. Achso. War das jetzt, wie gesagt, äh, die, äh, die, äh, Dia-Champion-Bereich. Achso, wir spielen jetzt gerade mit Dia-Champions, okay. Genau, die sollen sich erst so ein bisschen aufwärmen, wie sie, äh, erst mal, reinkommen, wie die zu spielen haben. So, jetzt, jetzt könnt ihr euch wieder, könnt ihr wieder rumzählen, was, äh, was ihr sagen wollt. So, ich bin mal ganz kurz ruhig, äh, ich tue jetzt ein bisschen Schreibkammer machen. Mhm. Super ruhig, oder? Jetzt. Ja, super. So, der erste Spiel ist es halt nur ein bisschen schwierig für jetzt, für die, wo halt, mit den Levelzahlen drunter sind, ist es halt ein bisschen schwierig. Ja, ja, klar. Aber ist es jetzt nicht so schlimm, so lernt man das auch halt, wie, äh, wie die Spiele. Immer schön, äh, Rotation, äh, ausüben, kein, äh, das ist halt für ein Neueinkündigen oder, so natürlich, Anfänger, ein bisschen schwierig. Ja, klar. Oh, sorry. Autsch. Das war mal, mal, böse Breitseite. Danke, Markus. Bitte. Alter. Oh, ich krieg ihn raus. Das heißt, wir haben jetzt wirklich Silber-Gold gegen, äh, DIA, oder was? So kann man sagen. Gemetzelt. Also, Dennis ist eigentlich Silber. Dennis ist Silber, der was im Tor war. Ich bin, ich bin Bronze. Okay, jetzt geb ich euch eine kleine Aufgabe, euch drei. David, ähm, Markus und Kevin. Ne, 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 das zählt nicht. Ich sag trotzdem. So, Markus Mitte. David links und Kevin rechts So sollen wir spielen, meinst du? Genau Das gibt nix, Jan, das gibt nix Egal, egal Einfach mal so als testen Bin aber Linksfuß Okay, dann gehst du halt Links nach anderem Aber der ist auch Linksfuß Der hat jetzt lange gedauert Links Ja, das sieht man halt recht Ah, fuck Schauen haut die Rotation mit mir hin Das ist halt die Arbeit für euch Da müsst ihr der Rotation reinkriegen Gleich spielen die Gleich spielen die das Spiel Der eine steht rechts die ganze Zeit, der andere links Da können die machen, was sie wollen dann Ich will nur gucken, wie die damit klarkommen Ich hab Legs Oh, schade Legs sind nicht gut Hi, Eddy, Nick Gaming Schön, dass du dabei bist So, gleiche Team nochmal Machen wir das noch einmal Und dann könnt ihr euch Könnt ihr euch gemischt machen Aber wo ist heute darf man? Also wenn wir jetzt Wenn wir jetzt 10-0 verlieren Ist alles gut Dann haben wir uns verbessert Ja, ich muss mich ja bewegen Auch in die Mitte Weißt du, wenn der Ball aufs Tor kommt Dann ist der von der Mitte nicht mehr da Ist so automatisch Oder am besten Am besten Ihr drei Sprecht euch ab, wer dran geht Zum Beispiel lang oder kurz Wenn es einer Wenn lang ist Dass einer von der linken Seite Oder von der rechten Seite Noch dran kommt Kurz ist er natürlich Genau in der Tor Richtung reingeht Schick, 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 schick Oh Am besten Erklär Todes unter euch Ab wie lang gerade In der folgenden Anwendung Ist ein Fehler aufgetreten Ah, komm schon Ich war einfach nur in der Wand In ganz rechts Ich starbe euch Ja, ihr könnt hier Ich lade euch ein Super Sonic Achso, was das ist Ja, ich bin im Klaren Ball getreten Und das ist jetzt Mein erstes Training Genau Wurde ich gerade gepackt Das ist für Bayern gegen Dortmund Bayern gegen... So ungefähr So ungefähr So ungefähr Und wir spielen hier gerade Äh Praktisch Silbergold gegen Was war das? Äh Deer Deer Champion Ja Ein faires Spiel Ja, okay Die sollen sich erstmal warm werden Weil wegen gesagt Um 20 Uhr Für denen der erste Spiel ist Ja, ja, klar, klar Ne, ne Aber ich finde es macht Spaß Ehrlich gesagt Ich mag die Herausforderung Und nächste Runde ist halt Alle Können sich alle frei rein Aber dann ist es auch gemischt, oder? Dann ist es gemischt Ja, einfach automatisch zuweisen dann Ah, fuck it Oh, fuck it Ich bin der erst 2-0 Tobi Denk nicht hier, Kevin Alles gut Ich kriege es aber ziemlich schwer Nein, 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 nein Aber den kriegt der Kevin noch Nein Oh, lol Nein, nein, nein Das war jetzt hier Ich weiß nicht, was du meinst, Adi, Nick Mit Jetzt kommt 4 vs. 1 Was? Das ist easy Easy kommt 4 vs. 1 heißt das Was heißt easy? Easy EZ heißt easy Ach so Einfach Oder Ach so Hä, 4 vs. 1? Wir sind doch 3 gegen 3, oder? 3 gegen 3 ist das Ja Ich gucke halt nur zu Ich bin Zuschauer, also keine Sorge Aber die 3 müssen sich erst mal reintasten, wie die spielen Und das David hat noch nie gespielt David, David, ich weiß nicht, wo man sich ausspricht Hey, David David oder David? David, okay David Und deswegen, sprecht euch ab Wer zuerst dran geht Ah, schön Sehr schön Lucky Sorry, ich nenne euch jetzt einfach beim Nicknamen Ich kenne mir doch nicht die ganzen Namen Kannst du euch machen, kein Thema Kannst du machen Da muss ich aufpassen Da kann es sein, dass ich darauf reagiere Das ist ja kaum für meine Freunde Ach so Lucky Ah, come on Seine Freundin ist ja auch schließlich im Clan Ach so Aber die macht nur nicht mit Und die macht nie mit Lustig Weil Trainingwäsche fühlt sich auch ganz gut aus Äh Und es gibt es von Nein Ach komm Ach so Ich muss ja auch mal weiter drücken Entschuldigung Du fährst zum Gegobchen, Hacke Wir müssen natürlich auch bedenken, die Gegner sind halt Champions Ja, ja Low sind die Low Champions Das hat mir dann jemand geschrieben gestern, wo ich gefragt habe, dass C3 ist ja nul Echt? Ich habe schon Äh, ich habe schon Ja Ist ja Oh, da jemand anders hat M eingeschrieben Da habe ich gefragt 1, 2 oder 3 Da hat jemand gemeint 3 Ach so Ich habe Ich habe verstanden Spieler Ja, da habe ich falsch verstanden, ich dachte Spieler Ach so, ja, gut, dann er war mal Ja, das sind halt Low Level noch, das sind Low Also die sind schon lange drinnen Die Champion Bereich, aber Low Packen wir, Jungs Packen wir, Jungs Logisch Oh, der war wieder komplett lost Sorry Ist ja jetzt nicht so schlimm, wenn ihr dem Spiel verliert Wäre jetzt keine riesen Tragödie, aber ich würde trotzdem gewinnen Kein Turbo Hab ihn Okay Ich glaube, das ist Schalko von seinem Team, also der Trainer, ne? Aber sie gewinnt trotzdem nicht Ah, schade War nicht mehr drin Ach, fuck Gut Sorry Ja, sauber Ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran Konzentrieren Ja, ich habe auch, ich bin null Boah, das war gut Das war echt gut Ich gebe mir gerade Boost Ich bin tot, genau die Uhr Und dann Fahrerball Perfekt, bevor er auf dem Boden aufkommt und du schießt ihn dann Ja Wir finden Und rechts Boah Ich dachte, du bist da, Kevin Ich bin von da Ich habe keinen Lust mehr drauf Ja, ich bin dran, ich heiße Ich bin gut von mir Ah, Scheiße Das wäre es gewesen Wilhelm Ich wollte ihn noch eingönnen Ja, danke Okay, jetzt machen wir gemisch, oder? Ich verhチャ А noch Jetzt kannst du gemischt machen. Markus hat ab 1000 Punkten nicht mehr gespielt. Mann. Ach nein, wieso? Ach nein. Oh, das ist gespielt. Ich hab das auch zufällig gemischt. Perfekt. Also das heißt, automatisches Beitreten machen wir dann, oder? Automatisch, automatisch, genau. Also, Adinik hat bei mir geschrieben, ich brauche kein Training, bin ein Naturtalent. Dann sollte er mal zu uns kommen. Ne, der ist auch ziemlich gut. Okay, dann sollte er mal zu uns kommen. Also, er hat behauptet, ich weiß nicht ob es stimmt, dass er unter den besten 5 weltweit war, hat er gemeint, aber das weiß ich nicht. Sorry, ja, fuck. Also ich würde behaupten, warum das da kein E-Sport war. Wollte ich auch gerade sagen, unter den besten 5 weltweit. Hey, das wäre ja bei Reitheoretisch besser als Quischi, also warum muss er kein E-Sport sein? Ja, er schreibt, er ist bin selbst E-Sportler, hat er gemeint. Ja, doch. Bei welchem Team? Ich weiß es nicht. In welchem Team bitte? Ja, frage mich. In welchem Team? Das weiß ich nicht. Da hat er uns, der hört ja schon uns zu. Weil der, wir können uns hören. Wir können uns hören, ja. Wir sind ausspioniert. Ihr werdet alle ausspioniert. Was, in der Map habe ich noch nie gespielt. Was ist denn los? Wieso kommt die nie dran? Ja, das ist Zufall-Map. Ich habe für sie noch Zufall-Map gemacht. Jungs, boah, Bruce. Markus und David, glaube ich, jeden Booth. Stimmt doch gar nicht. Ich kenne mich gar nicht aus. Sagt es euch was, One-Buy-E-Sports? Also, es gibt doch so viele. Aber wieso sollte er lügen? Also, ich kann es mir nicht vorstellen, dass er lügt. Ich glaube, ich kann es auch lügen. Er hat mir letztes Mal erzählt, er war mal also noch höher. Aber er hat sich dann einmal für ein Jahr eben die Hand gebrochen und war dann war deswegen ist halt jetzt bis nicht wieder ganz hoch aufgestiegen. Aber er ist halt wieder dabei. So, dann frage ich mal ihn, was habt ihr für Spieler? Habt ihr nur Champions Spieler, Diamond oder habt ihr auch gemischt? Sehr schön, bist du. Danke. Nice. Also, das war nur Top 5, Top 50? Was? Ich verstehe es nicht. Nur Top 50, aber... Die sind ein Top 5 von Top 50. Ach so, von... mit dem Clan meinst du, oder? Von Top 50 sind... Top 50 sind die Top 5. Wie war nochmal die Regel Nummer 1? Regel Nummer 1? Nein, ich meine, wenn man aufeinander zufährt, dass man dann weiterfahren muss. Ja, ja, dann bleibt man eigentlich auch da, aber das ist halt so für... Fürs Spiel. Für Clan Battles... Für Clan Battles als... Blöd. Ja. Die Map ist so... Die Map ist so Mist. Die Mist ist normal. Alles klar, dann ist doch gut. Kann man denn nächstes Mal... Äh, wer ist denn von euch der Clan Führer? Oder bist du auch einer davon? Die Map ist... Die Map ist... Die ist echt außergewöhnlich, die Map so, ne? Ja, die ist... Die ist eklig. Scheiß, äh... Zufall Map Generation. Scheiße. Aber warum kommt die normalerweise so selten vor, eigentlich? Die kommt gar nicht früh bei Rocket Labs. Die kommt... Die kommt nur bei Rocket Labs, ja. Ach so, ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist so ein anderer Modus. Ah ja. 3 gegen 3 auf solchen Maps. Ah ja. Oh Gott. Hier. Oh no. Hala. Das ist auch ein Scheiß-Map. Okay, ähm... Kannst du das mal deinen Leuten sagen, die sollen mich mal appen oder anfragen oder auch mal Facebook anschreiben für einen kleinen Übungsspiel für die etwas kleinere Spieler? Ich kann nicht... Ich kann nicht... Ich kann mal... Kann mal einen Playstation... Ach so. die Map ist schlimmer als Tokio. Die ist auch scheiße, ey. Tokio kenn ich... glaub ich auch nicht. Weiß nicht. Ähm... Tokio Underpass. Ach so, doch, 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 doch. Tokio ist doch das mit dem... Ähm... Milchmann oben auf der Seite. Die kleinsten sind... Äh... Was? Hä? Na, tut mal leid... Äh... Wo... 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 Woviz? Äh... Tut mal leid, da kannst du leider nicht mitspielen. Das ist ein Clan-Training. Kannst du leider nicht mitspielen. Dann... Äh... Oh, ja. Every Gamer... Sorry, ich bin gerade beschäftigt, deswegen... Deswegen bin ich... Ja, erst... Ich lese es halt... Ich lese es halt für dich vor. Dankeschön. Danke, danke. Äh... Ich hab... Hahaha... Gleich mal einen Moderator mit dabei. Hahaha... Äh... Warte mal... Woop! Obwohl ich kein Moderator bin, aber... Ja, ich weiß. Aber wenn du gerade, weil du beschäftigt bist... Warte mal... Jaaaa... Das wär's nicht gewesen. Der wär so schön gekommen, Mensch. Warum ist die Zeit oft immer so um, wenn man gerade so schön auf dem Weg ist? Im Ball. Hahaha... Wups, sorry. Alter. Das war ein guter Schuss. Da schreibt, äh... Wutsi... Mein Klang gegen euch, okay? Äh... Vier SSL-Gegner euch. Was ist das SSL? Supersonic. Supersonic. Ah ja. Also das ist dann, äh... Das geht leider nicht, weil Übungsspiele muss man immer auf den gleichen Niveau reinkommen. Oder Allgemeinspiele auf den gleichen Niveau. Sonst drüber geht nicht. Ja. Oder drunter. Hat jemand irgendwie Vögel? Kann das sein? Ja, lucky. Was sind das? Äh, sieht die hier, oder? Ja, Wellensitte. Hören sich so an, ja. Aber der, was zum Pfeifen oder die, das ist von seinem Kopf raus. Achso, das kommt aus seinem Kopf. Wie gesagt, äh, das ist ein Aufbau-Aufbau-Clan. Äh, die sind alle nicht gerade so lange dabei. Vielleicht ist es gerade noch ein Monat, glaube ich jetzt. Geil, ich habe zwei FAs. Ich bin Fan, Mann. Die sind jetzt schon einen Monat dabei und der erste Übungsspiel ist jetzt halt für die, äh, Diamond-Champions-Spieler. Du antwortest gerade auf, was Wufis gesagt hat. Seid ihr nicht so gut, hat er geschrieben. Und dann hat er einen Smiley. Ja, und der Adinik hat gemeint, er ist auch Supersonic, ja. Oh, der war ja wieder komplett lost von mir. Schön. Okay. Ob wir Kobrik kennen? Hat er gefragt. Was hast du gesagt, wenn es... So eine, äh, leider kenne ich keinen Kobrik. Oder, oder, oder einer von uns. Ah, gut, gut noch. Drangekommen, super. Das ist irgendwie eine interessante Dynamik, wenn es so gemischt ist. Das, also... Es hat schon was. Ja, irgendwie... Yes, 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 schön. Voll schön. Frech dir, David. Mach jeden Ball rein. Okay, der Adinik schreibt, ja, ich habe gegen ihn schon gewonnen. Gegen Kobrik. Aber keine Ahnung, wer das ist. Ich bin noch neu in dem Spiel, also ich habe... Kein Plan, sorry. Musst auch vieles lernen. Ich bin noch junger Padawan. Ob wir Next kennen, hat er gemeint. Von, äh, Minx E-Spot. Hab der, welchen E-Spot? Minx. Minx E-Spot. Was ich raten, hat auch gegen den, den gewonnen. Gegen jeden. Naja, der, das Profil. Was hast du hier? Next, besser. Schön. Besser wie Squishy, man. Schön, schön, schön. Wer ist dieser Squishy, den habt ihr schon... Squishy Muffins, einer der Besten. Hab's das genannt, ja, okay. Oder Garrett, Garrett. Der ist auch. Justin. Justin ist Fake Profi. Ja, genau der. Bester Mann. Oh, nein. Ach, du shit. Nein. Shit. Ah. Ah, schade, Max. Ah, ich dachte, du gehst hoch. Hahaha. Ich bin ruhig. So. Kann ich nehmen? Das ist. Hm. Ah, das ist mir noch lecker. Hab ich? Oh, ich bin der. Ah. Ah, der kommt. Ja, der kommt. Der kommt. Woa. Green. Ah, fuck. Ah, Annick, ich habe übrigens mein V-Sync mal ausgestellt. Hey, warte mal, hast du mir, ne, das hast du mir gar nicht empfohlen, ne? Das hatte ich von woanders. Weiß nicht. Was dann? Ähm, das V-Sync auszustellen fürs Zocken, damit das direkter ist, habe ich den Tipp bekommen. Aber, ehrlich gesagt, ich habe dir die Erfahrung auch gemacht, dass es so ist, dass die Latenz kleiner ist, wenn man V-Sync ausmacht, bei PC-Spielern meine ich jetzt. Ich weiß ja nicht, wer alles PC-Spieler ist, aber... Herr V-Sync. Ah, der Markus ist ihr PC-Spieler auch. Ja, weil eigentlich dürfte das an der Latenz nichts ausmachen, rein theoretisch. Das ist eigentlich nur, äh... Das ist eigentlich nur, dass man Vollbilder kriegt, statt Teilbilder, und dass das Bild nicht verzieht. Aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich was an der Latenz ausmacht am Ende. Ja. Ich glaube, ich habe so aus. So aus. Ja, weil bei mir, äh, ist es halt das Tearing, dass es das Bild verzieht, mega krass. Nee, V-Sync in Rock liegt ja, Settings oder was? Ja, ja, genau. In den, äh, Einstellungen. Ja, ich guck mal. Hm. Aha, ich guck mal. Ja, ich guck mal. Ich guck mal. oh, schön gemacht, schön gehalten Rekato immer meistens mal zurückbleiben, wenn beide vorne sind noch mal kurz Toilettenpause, Herr Wurzten, das ist das V-Din, kurz mal Toilette-Präuste, haben wir schon eine halbe Stunde erreicht Herr Wurzten, das ist das V-Din, das ist wenn du auf Escape gehst, in den Einstellungen, also du musst in Optionen gehen Entschuldigung, Optionen, dann Einstellungen und dann gehst du auf Video, Vertikale Synchronisation, heißt das auf Deutsch das mache ich mir jetzt wieder an, weil ehrlich gesagt, mich nervt das eher, als dass es mir hilft Vertikale Vertikale Synchronisation, das steht bei Fenstereinstellungen auf dem PC Bei Video, Fenstereinstellungen, ganz oben links und dann ist ein Häkchen, Vertikale Synchronisation unter Vollbild Habe ich aus Hast du aus, ja Hä, was bringt das eigentlich? Das bringt eigentlich, dass die Grafikkarte eben gleich ein Vollbild an dem Monitor überbittelt und dass du nicht in der Mitte diese Verziehungen hast im Spiel Ich weiß nicht, ob du das hast Angeblich passiert das bei bestimmten Spielen oder bei guten Computer weniger Aber das ist, ich habe einen guten Computer und das halte ich für ein Märchen Und das ist das auch irgendwie verzögert Ja, keine Ahnung Ich habe ein Training mit einem Champ Run gemacht und der meinte, das sei irgendwie förderlich Aber ich habe ehrlich gesagt, dass kein Unterschied gemerkt Das ist förderlich Ja, das sei halt gut, das sei halt für die Latenz, man hätte eine bessere Eingabenlatenz Ja doch, das kann tatsächlich sein, jetzt wenn ich es merke Oh ja, das stimmt echt Das stimmt echt Keine Wartung mehr Wenn du es mal einschaltest, dann merkst du es Jetzt merke ich es gerade Everygamer, also Riccardo Ja Und, ähm, Markus Könntest du einmal den Team wechseln, dass du auf Team Rot gehst und Riccardo auf Team Blau Okay, ich gehe auf Team Blau, also eins Ja, okay Genau Ich muss das ganz kurz wieder ausmachen So Schmecken Ja, weiß ich nicht Ich merke schon echt einen Unterschied Also so mit dem Das Spiel dann flüssiger läuft oder schneller oder Ähm, naja, dass die Eingaben verzögert sind, wenn du es einschaltest Habe ich schon das Gefühl Ah, Mist Ich habe gestoppt Ich habe gestoppt Äh, V4, leider nicht Das ist ein Clan, äh, Clan-Spiel Kannst du leider nicht mitmachen Das ist ein Clan-Training Ja Tut mir leid, Leute Also ich werde später auch nochmal spielen Alleine Da können wir gerne zusammen spielen Ähm, aber jetzt im Moment Es geht ja eh nur Es geht halt eine Stunde Das ist kein Thema Ja, eben Das geht eh nicht mehr so lang Also von daher Wie fehlst du schaust du eigentlich? Äh, also meistens so Zwischen 5 und 10 Also 3 und 10, so, ja Abonniert mich auf YouTube, na Spaß Was? Ey Nein, ich habe Ich mache gar keinen YouTube Ja, wie schön war, dass es sein 31er Ich werde gar nicht sagen Den neuen, äh, den neuen Fund unter euch Ich werde euch empfehlen Oh no Den Afri-Gamer zu abonnieren Das wird sich schön, äh, das wird sich einfach lohnen Ja Danke für die Werbung Brauche ich ja selber nicht mehr zu machen Und für mich bitte Ja Ja, bitte also auch, äh, Gunning LP, ja Auch bei mir Zuschauer Jetzt hier Gerne Der freut sich sehr Ach, warte, ihr braucht das nicht Ich bin jetzt nicht so scharf drauf Aber in den Ja, ich schon Ich bin ehrlich So Danke So, entschuldigt mich Ich bin mal kurz weg Aber, ja, gut Ich wollte absolut wiederholen Ja, vor dir Ja Kommt voll durcheinander Wenn einer sagt, fahr du Dann weiß ich nie genau, wer das ist Achso, ja, ich sag nur, wenn ich vorne und dann gleich bin Ja, nein, das Problem war gerade, dass wir ja auch gleich hatten So, einmal sagt einer, fahr du Und ich wusste mich, du warst jetzt mal Das war's nicht So Ja, alter Na, 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 okay Ah Ein schöner Schuss, äh, Ricardo Ja, aber Ja, das ist die Kunst, das da nicht zu, zu hart drauf zu hauen Find ich Also, man kann natürlich auch, wenn er wieder abprallt, wiederkommen Aber Es wäre natürlich toll, wenn man es dann gleich Die richtigen Speed drauf hat, dass man dann halt nicht gleich, äh, oben an die Bande wiederhaut, ne Ja, deswegen fehlt auch noch der richtige Absprung, dass er nicht, äh, hoch Oh, das ist gut Ja, war schön 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 Ah, fuck No Danke I'm your killer Du bist mein Killer Du bist mein Alpha Kevin Ich mag den Namen Ich mag den Namen War's Kevin? Ja, nee Haha, Kevin Ja, Kevin Genau den Oh, Mann Der war heutig, ey, der war heutig Ja, schön Boah, gibt doch Hass, ey Das war Karma Karma Jungs, was seid ihr? Ja Oh, Markus ist böse Ja, das ist eins, ey, was da ist? Übelst, übelst Piss Ich hab auch gar gegen euch gespielt Ah, okay Na gut Na gut Hol ich mir den anderen Boost Ah, ja, okay Das war meiner Boost Ja Boah, ich merk aber, ey Bei unseren Im Klaren so Bei den Lautstärken Haben wir ganz schöne Unterschiede drin, gell Ja, voll Übelst Ja, hört ihr mich laut oder eher gehöre ich zu den Lauten oder? Laut Laut Du bist echt gut Du bist eigentlich Mitten Oder wie? Gute Hörweiter Okay Als würde ich jetzt meine Anlage voll aufdrehen Haha Okay Ach, ja Oh, Leute Nein Ja Haha Nein, ich noch So, jetzt möchte ich, dass jetzt alle draußen bleiben Alle draußen Außer Außer Der, ähm, Riccardo Und der Max Ja Die gehen rein Okay Die machen jetzt, äh, die machen erstmal eins gegen eins zusammen Da will ich jetzt erstmal gucken Okay Nice Wer ist der Max? Äh, der Dark Bendix Äh, Max ist der Dark, äh, Dark Bendix Dark Bendix hoch auf, äh, Team, also auf eins und du, Riccardo, gehst rund auf zwei Okay Okay So, und die anderen können sich mal kurz ausruhen Okay Dann alle auf, Zuschauer dann Und er ist auch jetzt, äh, Gold Der ist auch sein Bereich hier, so Auch, äh, Chef und so in deinem Bereich Okay Da fühle ich mich aber hier voll beobachtet Haha Ist nicht anders als bei... Das ist auch, das ist in der Sache Keine Sorgen, wir gucken alle nur dir zu Weil das ist jetzt auch Training, eins gegen eins, weil, da tun wir auch, sich halt, hocharbeiten Ja Oder halt, wie ganz ein Kampf, Alter, boah Hocharbeiten, das hört sich an, wie als wäre ich so ein genetisches Experiment und dann So ein Experiment Von der Umbrella Corporation Ah, fuck it Ja Kein Boost mehr Lass dir Zeit, lass dir Zeit Lass dir Zeit Ja Also, das hat er die, äh, Disco Dafür sind auch die Höchststrängigen dabei, die können auch gut Tipps geben Ja, das ist gut Sehr gut Ich bin nur Bronze 3, tut mir leid Wenn man denn die scheiß Kamera wegfällt Ich kann leider keine Tipps geben, ich bin so schlecht für Das stimmt Oh, das ist eine Anzeige Aha, okay, okay Eins gegen eins, okay, keine Rolle Ah, das war jetzt hier mit Absicht Oh, gut gemacht Gut geschossen Ja, die Taktik, entweder du gehst drauf oder du wartest im Tor Ja Ja, ja Oh, der tut absichtlich erst mal daneben schießen, dass der Gegner nicht vorkommt Schöner Kick drauf, Jungs Nicht sofort draufflippen, einfach nur den Ball behalten Ja, warte, warte, fuck Jetzt hat er mir den Boost geklaut AAAAAAAH Flipp, flip, 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 flipp, fült mal weiter vorflippen, dann bist du schneller Ja, ja Ja, ja Fünn Ähm Lass dich nicht austricksen Nein Weil ich höre jetzt gerade jemanden, der tut was essen Ja, Entschuldigung Ja, das Hohldampf ist halt da, ne Ich habe gleich ein wichtiges Spiel, ja, da brauche ich Nervenerung Ach, Mann Ey, siehst du, Taktik, ist doch gut Was gibt's für den Entschuldigung oder was? Markus ist schon da voll im Fieber Nein, alles gut Mit Kratzen bin ich gerade, sorry Ach, fuck it Immer schön Boost holen, auch wenn du einen ruhigen Moment hast, du holen immer Boost Ja Außer wenn er bei 1 gegen 1 Ja, wobei da war es jetzt nicht so schlau, ehrlich gesagt, hätte ich ihn besser direkt rein machen wollen, ja, aber Also ich weiß, ich weiß nicht, wie es Markus und David sieht, aber bei 1 gegen 1 bin ich der Meinung, ist oft das defensives Spiel besser als wie es offensiv ist Ja Ja Vielleicht so viele Konter-Tore machen in 1 gegen 1, das ist brutal Warte mal Warte mal, warte mal Ja Ist echt komisch, ich muss mich dran gewöhnen, beobachtet zu sein Ich bin irgendwie, ich meine, ich werde ja in YouTube sowieso beobachtet, aber es ist halt doch was anderes, gell, irgendwie so Ganz anderes Gefühl, klar Ja Big Brother is watching Ja, ja Wir haben dich im Blick, ob du würdig bist oder nicht Ja, und ich hab Hahaha Ja, Hauptsache, Druck erhöhen, Druck erhöhen, immer schön drauf Ja, ich, ich, ich kann das ja sagen, weil ich bin ja eigentlich nicht gewürdig wegen Dennis, denn wir wollten mich ja nicht dabei haben Ich, ich, ich wollte ihn dabei haben und ich hab ihn jetzt drinnen, ich hab ihn drinnen, hehehehe Lass doch mal einen armen Kevin in Ruhe, ja Ja, danke Ja, danke Liebe gedrehter Mann Mein armen Kevin Der ist schon geschlafft genug mit seinem Namen Ah, dann wird den, genau das, Frau Bromann hat Dann sagt er, dann sagt er mit'm Schihuahua Der männliche, der männliche Hä? Was hat, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Das hatten wir doch gestern oder vorgestern? Was? Wann haben wir da drüber geredet? Ah, fuck, komm Markus, hast du auch ne Handtasche für deinen Hund? Nee, aber bestimmt ein Schleifchen. Also real talk, ne? Ich hab ja beides. Und ich hab auch noch große Kondome. Äh, was? Aber nähere Infos möchte ich jetzt nicht gehen. Ah, fuck, fuck, nein, falsche Richtung geh- Die musst du mir mal zeigen, Markus. Scheiße. Ja, danke Erdinick. Vielleicht gehst du schon wieder weg, aber... Freu mich, wenn du später dazukommst. Training ist vorbei, ich geh jetzt offline. Ciao. Ciao. Oha. Ja, gut, viel Spaß beim verlieren. Nein, Spaß. Wenn du so eingebildet bist, ist es ja in 16 Jahren. Verpiss dich einfach. Nein. Nein. Alles gut. Oha. Frank weg. Ja, alles weg. Dennis geht jetzt raus. Instant raus. Instant blockiert auf WhatsApp. Und ich bin eingebildet, ja. Was war das jetzt im Hintergrund? Hat sich angehört wie ein sterbendes Schwan, ey. Das hat sich angehört wie ein weibliches Wesen. Nein, Mark. Weibliches sterbendes Schwan. Nein, Kevin, das sind keine Single-Frauen. Schade. Hoffentlich hast du trotzdem Spaß. Ach komm. Richtig rein, bis die... Ja. Ist egal. Lassen wir es wieder. Ja. Was kassieren wir noch im Strike? Ey, Jan kann gleich einfach beim 3 gegen 3 Training mit spielen. Er soll auch mal was tun. Nö. Dann macht der, wie gesagt, ähm, der Riccardo mal kurze Päusche. Ja. Und dann wird es 2 gegen 2 gemacht. Oder 1 gegen 1 von... Oder 1 gegen 1. Oder 1 gegen 1. Dann mach mal alles voll sein. Nein. Wie war dein Name nochmal? Dark Dantix? Max. Max. Versuch mal ein bisschen ruhiger zu spielen. Du spielst sehr, ähm, weiß ich nicht, wie ich es erklären soll. Sehr, sehr... ADHS nicht. Aber... Ja, so ADHS nicht. Ja, so ADHS nicht. Ja, so ADHS nicht. Du hast ja mehr Zeit. Du hast ja mehr Zeit. Du hast ja mehr, äh, entspannt zu sehen. Riccardo, immer ruhig bleiben. Immer ruhig bleiben. Immer ruhig bleiben. Weil er spielt, er spielt gut. Aber du bist zu, zu nervös, glaub ich. Ja, ich bin nervös. Ja, ihr merkt mich schon. Wir werden schon mal drauf essen. Ich bin so ne... Du magst doch gut. Ich bin so gemein gerade. Ach, echt? Immer ruhig, immer ruhig spielen. Nein! Ist ganz einfach. Ja, gut, das war jetzt... Naja. Ich glaub, meine Zeit... Scheiß Hetze ist kaputt, man. Haben wir gut gespielt. Scheiße, Alter. GG. Und für beide haben die... Für beide haben die echt gut gespielt. Also... Gleich... Die sind gleich im Niveau, muss ich wirklich sagen. Ich... Ich... Ich mein nur, ich glaub, Max fliegt ein bisschen besser aktuell. Äh... Ja, das kann gut sein. Ich bin nicht gut im Fliegen. Das ist eine Übungssache. Das ist halt... Ja. Das ist Übungssache. Und ganz ehrlich... Ich bin... Ich bin nicht... Ne, 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 ne. Aber ich bin wirklich... Äh... Ich bin... Ich... Es ist voll strange für mich, so. Haha. Vor so vielen Leuten zu... zu äh... Spielen, so. Das ist äh... So, dann werd ich's sagen. Kevin gegen... Markus. Nein, Kevin. Ach, das war so klar. Alter, das war so klar. Auf jetzt. Das heißt jetzt, ich kann auf bereit drücken und kann... Gibt's nen Zuschauermodus? Okay. Ja. Genau. Scheiß drauf. Ist wettgemacht. Max, du musst auch noch bereit drücken. Also, ich war mal gut, aber ich... Jetzt bin ich nicht mehr gut. Ist ja nicht so schlimm. Ich bin... Ich bin grob nicht schlecht da drinnen. Ich... Ich... Ich schwör's euch. Er ist so'n typischer Schüler. Wir haben letztens schon geredet. Der ne zwei schreibt und heult. Ich bin nicht so gut. Äh... Ich hab's nicht so gut. Ich bin grob nicht schlecht bei uns. Nein. Max. Ja. Max. Noch einmal bereit drücken, Max. Was? Die X-Taste? Ja, die X-Taste. Also, äh... Also, äh... Ich will das vernünftige Map machen, Alter. Also, wer spielt jetzt? Ich spiel'n. Pass auf. Äh... Der... Kevin und Markus. Ich will das vernünftige Map. Das ist vernünftig. Die ist nicht vernünftig, Alter. Also... 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 Jetzt alle auf Zuschauer. So, also für die, äh... Zuschauer. Ich kann jetzt auch wieder antworten. Sorry, ich war ja grad ein bisschen abgelenkt. Dafür ist es auch gut dafür. Dafür habe ich jetzt dich als Toyselen gemacht. Ja. Weil so... Bei eins gegen eins ist das einzigste Training, wo man alles lernen kann. Ja, ja, ne. Das ist schon gut. Wer hat... Wer hat... Wer hat denn diese scheiß schwule Musik drin? Ja. Wer wohl? Ja, das wollte ich grad fragen. Kann man die, äh... Musik umstellen? Funktioniert das, oder? Wie... Er schwitzt. Er schwitzt in deinem Leben gerade. Ich schwitze noch gar nicht, Junge. Es wird hier los. Schau mal hin. Ja, weil du, den Kick auf der Kackst hat ich ja nichts für. Um die Erde seines Chihuahuas. Nein! Mann! Die Erde meines Kondoms, ne? Ich übernehme keine Verantwortung für das, was hier gesagt wird. Doch. Doch. Ich bin... Ich bin strafbar. Puh! Und dann, das war der Kräger. 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 Er hat sich überhaupt ein schlechter Berechtester. Waha, was ist denn jetzt los? wie spricht man deinen namen aus leute ich bin jetzt kurz mal ich wollte gerade eine Anfrage bekommen jetzt muss man den Headset holen und ihr spielt jetzt beide auf dir oder wie ich bin jetzt gerade mal in einem klassischen Partie drin und ich weiß kein Wartspieler, was denn wird sein ich bin Bronze, lass mich so, guten Abend wärst du gerne alles klar bei euch oh, nicht getroffen ich weine ja Kevin besteht 2 zu 3 für dich ne, deswegen wenn er mir nicht immer einen Boost klauen würde, der ist einfacher ich hab 100 Euro auf dich gesehen so, mein Leute ich bin schon noch viel trainieren deswegen setz niemals 100 Euro auf Kevin, da Spaß nie auf Kevin ja, ich soll nein, alles gut sorry, aber ich mach Kevin witzig ich weiß nicht warte mal, wie war nochmal dein richtiger Name zisch Markus Markus genau kannst du irgendwann dein ich glaub, du bist extrem laut beim Mikro ich bin nicht laut ich weiß nicht was du meinst das ist übersteuert voll das ist gut und deswegen, das wollte ich ja auch haben ich hab ein lautes Gehen das ist übersteuert voll, dann hörst du mir gut die Hand, das ist gut schön schön, ey sehr geil es ist halt krass, wie du den Unterschied merkst von dir aufs Champ, ey, das ist echt total wer macht denn die Part hier rauf was ich machen oder hm er nimmt mir die Ehre hm haha und ähm sollt euch dann euren Namen damit reinlernen also entschuldigt, wo ich euren Namen reinlernen das geht ähm genau, weil wo du hier reingehst Markus, wie lange bist du heute online? weiß ich nicht, warum Angst, fragt ihr uns ach so wollte ich nicht wollte ich nicht scheiße sagen also so, ich meine dem C-Ultimiert eventuell noch nicht wenn ich Bock hab alles hier dann weiß ich nicht, warum ich euch mal kennenzulernen und wie gesagt einfach mal hart rannehmen hart rannehmen oh, das ist doch nicht nice one oder? Failed jetzt hab ich grad einer Unkneppung gemacht, weißt du? ne, ich hab mich einfach verdrückt weil ich scheiße bin passiert passiert am besten also ich hab gesagt, ich geh äh, weil mein Leute sind ja im Discord drinne ich hatte ich ignoriert die einfach ich geh nicht bei denen rein ich hab oh fuck ich hab untersucht nach aber ganz schnell ich hab mich untersucht mit ihnen die sind ja einfach schon die ganze Zeit bis ich geh um was waaaaaow waaaaaow ich hab die schwein mich den ersten Ücumstil ich freue mich den ersten Übungsstil wie viele Ränge habt ihr denn noch? Markus und kevin wie lange spielt ihr schon eigentlich? Clarum sind ja da sind ja fast hier oben auf Christian schwein doch schlecht sind Season plan Was? sorry? Season? Ja ahja Also generell... Habt ihr noch Skill? Boah, da merkt man... Da merkt man halt einfach, er ist halt der wesentlich jüngere Weg. Das ist halt, no joke, wirklich schon. Die Jüngeren irgendwie tun sich leicht zu haben, das Gefühl. Bei dem Spiel, ja? Ich hab ja, wie gesagt, noch Goldschiff, lieber Goldschiff wieder drin. Hm, oder Markus? Wie siehst du das? So, bei den meisten Spielen so, Kevin? Ja, egal welches, die Jüngeren... Weiß ich nicht, die hauen dann teilweise echt einen weg. Ja, wahrscheinlich bin ich als Oldtimer eingestellt. Wahrscheinlich bin ich gleich der älteste im Clan, kann ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Das glaube ich nicht. Nee? Ich bin 35. Dann bist du genauso alt wie der Stefan. Okay. 36. Nee, 35. Noch. Was? Das ist halt Ecke, Alter. Was? Ecke? Ja! Weil er so jüng ist. Weil er so jüng ist. Wer, der Stefan ist noch. Wie heißt er als Nickname? Touch My Tralala. Touch My Tralala. Touch My Tralala. Touch My Tralala. Das ist ein cooler Name. Und mein Ding Ding Dong. Touch My Ding Ding Dong. Ich kann mit neuen Kameratetags nicht drütteln. Das ist, boah. Ich hab sich mein Gehirn mal ja noch dran gewöhnen, ey. Und wer ist der jüngste Spieler in dem Clan eigentlich? Richtig. Wie alt bist du? Ich bin 12. Ja, das glaub ich dir auch gleich. Ja, das glaub ich dir auch gleich. Nein, 16. Ja. Mach dein Interview. Ja, gut. Ja, gut. Geistig vielleicht nicht, aber kann man nicht auch so Sackmacher rum und so, ne? Boah. 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 eigentlich so stand, was die meisten Pro-Player haben. Ja, ich probiere auch immer, aber irgendwie... So, wieder da. Wenn du mir klar kommst, dann ist das alles Juli. Kein Ding, hast du ein Geschäftsgespräch gehabt? Ja, ich habe einen schönen Gespräch gemacht. Wir machen Best of Five. Bei was? Bei dem Übungsspiel. Übungsspiel Best of Five. Wenn wir dreimal gewinnen, ist es fertig. Haben wir gewonnen, so gesagt. Aber wir machen das nur für Erfahrungen. Alles klar, Max. Alles klar, Max. Ihr könnt euch ja melden, wenn ihr fertig seid. Okay, dann ist das Training vorbei, oder? Wahrscheinlich. Eigentlich ist es vorbei, aber du kannst noch kurz drin sein. Ich will noch einmal mit... noch einmal mitspielen. Mhm. So, gut. Das heißt, dann machen wir wieder automatisch beitreten, oder? Du kannst ruhig mitmachen, ja. Okay. Ich habe mir auch mal wieder Bock ein bisschen mitzuspielen, sonst gucke ich ja ganzer Zoo, und das... Das war jetzt gerade wichtig, dass ich jetzt sage, erst mal, die wollen Team Orange, dass ihr Bescheid wisst. Warum wollen die Team Orange? Die wollen voll... Team Orange? Ja. Ja. Ich glaube, ich weiß, warum die Team Orange wollen. Sind Schalker. Ja, das habe ich auch gesagt. Ihr wollt kein Schalker sein, oder was? Das habe ich gar nicht so gesagt. Ich höre schon raus, dass gibt es hier einige Fußballfans, oder habe ich das Gefühl? So ganz... Ja, ich bin Mainz-Fan. So ein Mainzer. Ja. Ja. Bayern halt. Ja. Äh... Digga, hat sich keine Ahnung. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Warum Frankfurt? Schön reingetribbelt. Ja, weil Mainzer und Frankfurter können sich nicht leiden. Ja, ist so. Hi, Raffi! Schön, dass du da bist. Solange kein Frankfurter reinkommt, sind wir besser gut. Aber ich bin doch Frankfurt-Fan. Oh, Gott. Ich hasse dich, du Schalke. Außen wie Schalke. Ich hab keinen Boost. Wir los. Danke. Ah, shit. Entschuldigung, wie ich das haben wollte. Oh, oh, oh. Ja, gut. Aufschrauben. Der Regal hat mich geblockt. Hallo. Oh Gott, ich bin noch voll kalt gespielt, äh. Was du jemals waren. Hm, nein. Ich war immer heiß. Du bist schon heiß, ja. Heiß. Ja, äh, sorry Markus, ich versuch hier mitzuhelfen, aber es ist, äh, ja. Du hast die doch abweiter Hopps genommen, die Noobs, na Spaß. Was? Hehehe. Nein, komm! Hehehe. Oh nein. Boah, du hast dein Glück. Ja. Du sollst dich wegbomben. Auf Erde. Oh, dein Gedfern! Oh, der ist das. Oh, der ist verdammt. Oh, der ist dir so gemein. Oh, der ist noch oder so. Oh schön Ah, boost aus Hier Ah, schade Schick, schick Oh man No Oh, hatte ich boost gehabt Hey Raffi, alles gut bei dir? Ja So, wir sind dann die Heimmannschaft, so gesagt Wir tun dann halt Ich tu dann einladen Oh 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 äh, Twitch-Drops hier sind die Twitch-Blinger und gucken, ob die Dobs dann sammeln mhm, ja oh, schön, sehr schön ich wusste, dass der kommt aus dem guten Gunning-LP lass mich da nicht so frei zum Schuss kommen ja, ich war voll in Shadow-Defense drin hast du... AHHHHH nein ein Lock-Team kann man nix machen nein ey, und sowas ist Team-Mate ohne Scheiß nein ey ey er gönnt gar keins ey doch ich gönn dir immer außer Kevins Ding ah, fuck, sorry ja so ja, wenn er unfühlt sich noch wohl ich war nervös ich war nervös ich gehst du und er kommt so umgekehrt nein mein Fehler oh Gott oh Gott, war der Scheiße oh Gott, war der Scheiße oh Gott, war der Scheiße hatte ich okay ich bin dabei, äh, nicht ich bin dabei, äh, nicht okay okay yo, yo spielen die anderen eigentlich schon? ähm, na, äh, so noch nicht, oder? du meinst, wer meinst nein, noch nicht euer Übungsspiel, macht er um 8 erst, oder? der Übungsspiel um 20 Uhr ah, ja, 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 okay, okay äh so, der Training ist vorbei, Leute Training ist jetzt vorbei Yes ihr könnt jetzt wieder diejenigen, die jetzt am 20 Uhr ein Training haben also ein Übungsspiel haben können jetzt nur kurze Päuse machen alles gleich gemein wichsen ja ja, mach das also, wenn jemand von euch Lust hat ich werde noch ein bisschen weiter spielen, online äh ja, weiß nicht, ob jemand Zeit und Lust hat na, kannst du erinnern aber ich tue halt, äh wie heißt sie mal aufbauen für die Gegner, dass wir schneller reinkommen mhm ja gut, nee, dann, äh wünsche ich euch viel Glück bei dem Spiel alles Gute na danke, danke und dann, äh bis, wie oft macht ihr den Training in der Woche eigentlich? ein, zweimal äh einmal in der, vielleicht noch einmal in der Woche äh, irgendwann mal vielleicht zweimal in der Woche aber es kommt drauf an weil die anderen auch arbeiten müssen ja, versteh ich aber es sind ja eh eigentlich immer welche on also Dennis, ich, äh wir sind eigentlich fast immer on auch ohne okay egal, du kommst an äh, ich, äh wir können uns ja trotzdem mal adden vielleicht dass wir uns grundsätzlich mal haben oder so ne? können wir schon machen, ja äh äh, warte mal ich find dich ja gar nicht, hä äh äh I am your killer, oder? ja, ich heiß auch ich heiß, äh frag mich bitte nicht, das war irgendwie ich muss das noch umstellen homely äh, axolotl ich schreibs uns lieber in ich schreibs lieber in Discord das ist zu kompliziert ja ich sag, ich hab zwei Erfahrungen erst mal annehmen ja, das war ich einer davon bin ich ähm, wartet mal die wurden erst mal nicht angenommen was? die von Kevin wird erst mal nicht angenommen ja, die wird direkt gelöscht wieso spiel ich überhaupt mit euch, Alter, ihr seid so undankwolle und Kevin wird auch nicht lieb äh äh hast du Zeit ja ne, ich such nämlich gerade, wo ich's ein ich such gerade, wo ich's eingeben kann, ehrlich gesagt ah, das ist schon zu lang her das war so die Hirtelehrde grad wenn, wenn alle zweimal klickt sind also, ich hab's, ich schreibs jetzt einfach mal in Allgemein-Chat rein, ne? na gut, mir fünfunddrag ist einfach rein hört man halt schon ein bisschen ja, oooh, jetzt geht's aber los ja, ey, ich hab's einfach doppelt so alt wie du ist so ich bin trotzdem frech, also homely axolotl 940 was ist das für ein Name, Alter? Wie lange schreibst du? ja, der ist auch, äh, ziemlich, äh homely homely das ist so ein automatisch generierter Name, ich muss mich mal einfach bei bei Epic einloggen und den mal ändern, weil das nervt mich schon, aber äh, bin ich noch nicht zugekommen geil gibt es nicht, ja moin, ich hab wahrscheinlich irgendwo einen Tippfehler, weil er so lang ist homely axolotl ja doch, ich hab's richtig geschrieben, ja ja oh, so äh, aber du hast I am your killer, wie du geschrieben bist, ne? ja, auch als Epic, oder? ja, 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 aber das O ist eine Null ah, okay und auch mit 92 oder ohne? normal schon ah, ich hab mich wieder vertippt, Alter, Bruder ja, muss los ne, also mit 92 nicht nicht? ne ich versuch's mal ohne ich hab keine Ahnung, ehrlich gesagt schon so lang her ja fang doch mal auf Start R2 und dann steht da oben deine Epic ich schrei mich doch nicht so an ach, ja ach, ja� ach, ja warte mal, nee,posig ähn Ricardo Deruso oder Everyday Gamer, wie auch immer Geil deinen Namen, finde ich schon mal gar nicht also bei Epic suchst du jetzt nicht bei Steam, gell? ja ja Epic처럼 hinzufügen das gibt's noch gar nicht das ist seltsam gewollt dead by daylight wird gehackt ja sauber das spiel was ich gerade am meisten suchte man wurde gehackt 30.000 nutzerdaten wurden geklaut was für ein spiel? dead by daylight als falls jemand spielt es kann sein dass eure daten wechseln ja andy gerne du würd mich freuen wenn du mitspielen würdest wer spielt jetzt mit mir? ich spiel mit dir okay ich bin auch noch hier hallo tschüss hallo ja wer ist noch hier? hallo so ich spiel zusammen oder? klar okay dann spielt ihr zusammen dann spiel ich mit mandy alles klar nee dann viel spaß leutz wer spielt mit mir? ich habe es jetzt auf jeden fall so ja es schrei mich nicht an ich bin erfindlich also ich würde euch gerne nur adden aber sonst machen wir das einfach ein andermal keine ahnung ich habe auf jeden fall meinen namen reingeschrieben und seltsam dass dass ihr den nicht findet David darf ich auch nicht finden ihr könnt es doch auch so machen wenn du bei mir wenn du in der clan info reingehst beim club verwalten dann stehen auch alle drinnen dann kannst du auch ähm halt anfragen ähm club verwalten ich bin jetzt gerade beim ja da siehst du auch da siehst du alle spieler drinnen die kannst du wahrscheinlich auch franchise anfragen ich habe es da reingeschrieben hat oder so ja bei wo ist das? in welchem kanal? ah ok allgemein unter deinem unter deinem ok warte mal ja ja super dann habe ich dich schon mal dann adde ich dich david kommst du? ähm ja lässt sein oder? kai shooter 1 2 3 ich habe dir auch äh epic freundschaft angeschickt aber irgendwie kommt nix an äh also ich habe dich jetzt ich habe dir eine freundschaft anfrage geschickt deinen namen also art funktioniert auch ok ok müsstest du haben äh wie heißt du hier nochmal bei PS4? ähm ne ich hab nix party, größe, benachrichtung, freundesanfragen das gibt's doch nicht äh worauf spielst du? äh PS4 naja da habe ich schon öfters probleme gehabt mit äh adden ähm wie heißt du hier bei PS4? äh meinst du mich? ja 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 ich hab's reingeschrieben in Discord ja ich hab hab ich hab ich hab ich eingegeben passiert nix also du kriegst nix anscheinend shooter 1 2 3 ok hm aber stimmt wieder irgendwas nicht na ich guck mal eben ähm ähm oder heißt du magst du mir dann naja gut aber der Playstation name wird nichts bringen und ich brauche ja den epic namen der steht ja auch der steht ja auch neben meinem namen Discord I am your killer 92 ja ne der geht nicht hm äh deins geht eben auch nicht äh äh geh doch mal auf äh geh mal auf den Clubverwaltung genau aber wo wo ist das nochmal ja das funktioniert nicht geht das da drin nicht? weil das Cross-Plattform ist ich konnte auch letztendlich nicht naja seltsam aber ich hab's schon mal aber ich hab's schon mal der ist nicht mehr da oder? was? doch ok ja gut Leute äh ich will euch jetzt nicht so auffalten dann machen wir das einfach nächstes Mal oder so genau das kriegen wir schon das kriegen wir schon alles klar dann hau ich mal ab und äh wünsche euch viel Spaß gell und viel Glück beim Spiel diejenigen die spielen bis dann danke bis dann ciao tschüss tschüss Können auch noch gerne mitspielen Ups, das wollte ich jetzt natürlich nicht So So, Leute, ich bin gleich da Ähm, so Andi Wir können jetzt gerne spielen Und dann schreibe ich Joni auch Hallo? Hallo Hi, ja, cool Ich schreibe mir den Joni auch, ob der Bock hat zu kommen Lustiger Clan, oder? Hast du ein bisschen mitbekommen, oder? Äh, ja, nicht so lang Chaotenteam, aber lustig Auf jeden Fall War spaßig Ich kann mir vorstellen, dass das bei euch Bei Counter-Strike viel ernsthafter zu gehen, oder? Ja, mal so, mal so Mal so, mal so, ja Aber ich denke mal Das ist halt bei Da muss man noch taktischer spielen Halt bei Counter-Strike, ne? Bei Rocket League hat man halt Sieht man halt auf dem ersten Blick So mehr oder weniger, wie wer Spielt, was wer macht Und Ne? Denke ich Ich glaube, es war halt sehr taktisch, ne? Du musst ja alle Smokegranaten üben, Flashgranaten üben Da muss jetzt ja alles getimt werden Ja Wenn du ein Go machst Dann muss der, die werfen, der, die werfen, der, die werfen Ja Und da werden ja sogar Laufwege trainiert Wer wohl lang guckt und so Ja Also da bringt es nichts, wenn jeder durcheinander redet und Spaß hat Ja, 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 klar Das ist Da versteht man sonst nichts Ja Da redet meistens nur einer Ja Ich habe dich bei Steam eingeladen Aber ich sehe den noch nicht im Spiel Ich kann dich gerade noch nicht Ja, ich bin noch nicht im Spiel Ich müsste dich gleich Soll ich mal den Ethnic dazu einladen? Aber der ist Dann spielen wir wieder gegen so krasse Gegner Ne, das ist halt mal zu zweit Spiele Ich tue jetzt erst mal kurz Die Rolle Die Rolle Beinden auf dem Controller Stimmt, das sollte ich auch mal machen Warte mal Beziehungsweise Das habe ich schon gemacht Ich weiß noch nicht mehr, wo sie liegt Neue Packs im Item Shop Ich bin es ja Startupoket Tastenbelegung Wann, das Lass mal kurz gucken Ah, übrigens Ich habe es mal ausprobiert, gell Wenn man V-Sync anmacht Hat man wirklich mehr Delay Auf Eingaben Wenn man es ausmacht Dann merkt man, wie direkt das ist Macht echt einen großen Unterschied Das hätte ich nicht gedacht Äh Das ist Steuerung Was sind wir legen? Anstrengendern hier Im Spiel So, was du meinst Das ist nämlich die Luftrolle links Ja, genau Die ist bei mir Rolle im Sprung Ist das, glaube ich Ja, genau Luftrolle links Luftrolle rechts Mache ich auf Powerdrift Rolle im Sprung Luftrolle links Ich glaube Was benutze ich mehr? Luftrolle rechts Oder Luftrolle links? Ich glaube Luftrolle links Ich habe jetzt beide gemacht Links auf LB Und rechts auf RB Die waren nicht Gebeindet bei mir Ja, ich lass mal jetzt Rolle im Sprung Bei mir auf dem Eine Taste Ja Okay Ich versuch's mal so Ich brauch nicht Unbedingt beide Wobei Eigentlich wär's ja nicht Schlecht, gell Ich mach kurz Luftrolle Ähm Ne, aber auf X Heißt es dann Gar nicht schlecht Springen Wusten Luftrolle Wusten und Luftrolle Das ist schwierig Äh Ja, okay Ich versuch's einfach mal so Jetzt bist du im Spiel, gell? Ich hab dich eingeladen Sogar Ah, okay Cool Kommen ich zu dir Dann äh Wollen wir ein Zweiermal machen Ja Können wir Können wir Was hast du denn Für einen schönen Skin Drauf da Das ist ja voll geil Ich muss mein Auto Wieder anpassen Was sag ich, wo ich Dann hab Competition Kompetitiv Ja, bitte Nur Nur Kompetitiv 2 gegen 2 Ranglos Äh Rang Mit Rang Ja, ja Schon mit Rang Aber ich hab Noch kein Weil 2 gegen 2 Achso Noch kein Achso, ja Macht nix Das sind Mäder 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 Die Mäder Hm, hm, hm Hm Mä 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 I I I I Die Scheiße, ich hätte mir schnell... Naja, okay, nach der Runde hole ich mir ein Glas Wasser. Alright. Jetzt hau ich mal, mei. Ha ihn voll, mei. Oh. Ab ihn. Nicht. Shit. No. No. Ah, fuck. Warte mal, ich muss mal ganz schnell hier, dass ich den Chat wieder sehe. Ja. Fand ich auch. Hat Spaß gemacht. Lustige Truppe. Auf jeden Fall. Wasilla. Mmm. Ah, fuck. Sorry. Hab ihn. Haha, fuck. Ja, das ist doch ein Smurfer, ey. Ohne Scheiß. Oh, ich muss jetzt wieder da. Alles gut, jetzt muss ich wieder lauter, sorry. Ich glaube, wir müssen besser rotieren, ey. Ich versuch mal. Alter, hast du mich gekickt? Hast du mich voll vorgekickt? Das war gut, ich bin nach vorne mit dem Ball geflogen. Ja, ja, ja. Komm, komm. Ah, scheiße, der Ball war zu schnell. Der kommt schön in die Mitte, wenn du vorkommen kannst. Alter, du bist voll hoch geflogen. Nein. Oh, ich bin nicht. Scheiße. Ja, ja, schön, 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 kontern, kontern. Ich bin dabei. Ich bin schön, da wird er dabei. Ja. Schönes Tor. Alter, ey, da war einer dabei, der hat mir echt die Ohren ausgebürstet, hey. Da hat er das Mikro so laut eingestellt, aber du bist wieder leise irgendwie. Ist jetzt jemand bei uns in Discord gekommen, oder will ich nicht, will ich mir das nur ein? Willst du dir ein? Hä? Willst du dir ein? Hast du dir eingebildet? Gut. So. Gut, dass wir uns verstehen. Ich lass ihn dir. Ich bin mit dabei. Schick, schick. Ah. Okay, doch, keine Smurfers. Passt schon. Bei dir, der Paulie, ne? Ja, ja, ja. Hey, was für ein Wichser, hast du das gesehen? Oh. Der hat mich abgehalten. Ich hätte den Ball gehabt. Mann. Schau das mal an. Was für ein blöder Sack, ey. Ja. 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 Ich hätte mir das ein Stückchen vorgehauen. gehauen er war zu lasch nein und Togo wieder aus oh sorry nicht gesehen ok hab ihn nein der ist noch reingerollt wie geil ich hab ihn nur gebremst ja ja geil stimmt deswegen hat er nicht mehr geguckt ok ich hole boost ja was ist jetzt los ja schön aber was mach ich denn für ne scheiße ja 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 ah ok so jetzt komm ich wieder rein nein ach komm schon ok der kommt in die Mitte nein beide vorbei ey fuck it nein aber irgendwie verwirrt mich das zu sagen ich hab vorhin gegen so gute Spieler gespielt und jetzt spiele ich auf einmal gegen so schlechte und die sind eigentlich viel schlechter als wir aber irgendwie ja keine Ahnung man muss sich auch echt bei dem Spiel immer warm spielen gell ich hole mir schnell Wasser bin gleich wieder da ja der gruppenführer hat das spiel verlassen ja ja ach so ist wieder da ne ja ja bin bereit hast du jetzt irgendwas umgestellt bis wir jetzt lauter können es sein habt sind OK ok all right bist du noch gruppenleiter schon oder ja arbeit ist läuft gut wie geht es soweit ist schön ohne ohne kiris heute ja schon er stimmt dass wir zu der uhr stunde mal spielen können das ist was selten ist das schön das freit mich hat mich ausspielen lassen der hat gewartet bis ich gekommen bin hat ihn drüber gelüpft ja gut nicht gewartet er kommt zu spät nein auch was ist los mit mir heute so jetzt wieder präsentieren das war schön gemacht ja aber ich glaube ich schiele bei dem spiel irgendwie springe an dem ball einfach vorbei obwohl ich denke ja ja ich weiß nicht warum für mich sehr genau vor mir und dann hüpfe ich irgendwie vorbei hast du eigentlich die kamera ein bisschen näher ran gemacht weil das kommt mir ist manchmal passiert also es passiert mir auch auf das ehrlich gesagt ich glaube das ist einfach nur so ein gefühl von wie die kamera genau ist so kommt nach vorne ja der wartet im tor und will kontern schön bin dabei die spielen eher defensiv und versuchen die konter zu kriegen ja 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 Man, man, man. wir lassen uns hier voll abzocken ey den hat er aber gut reingemacht ja den hat er echt gut reingemacht als könnte es ja er tut so als würde es können naja komm komm ja fast passt wie sie hier im schwabe lämpfe sagen na komm schon ja schön dabei ja ja geil ok kommen 22 minuten 15 an die das können wir noch schaffen das machen wir jetzt wir reißen das ruder rum na ja na klar nur die ruhe bewahren ja 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 habe ich kein boost mehr schön in der ruhe liegt die kraft ganz ruhig schon ja schön übersteiger ausgezockt und ein reingehauen wunderbar ja komm das wäre so schön gewesen ich habe zwei ich habe gedrückt und dann nach oben gezogen dann wollte hat er mir ein salto gemacht da ist dann eigentlich gut ja schick schick warte mal naja jetzt nein schrei mich nicht an ich habe mich voll erschreckt das war fucking laut auf einmal aber du hast du musst was angestellt haben oder hast du das mikro näher zu dir hin gemacht nein ich habe gar nichts gemacht warum bist du auf einmal so viel lauter das gibt es doch gar nicht hast du deine ohren gelüftet keine ahnung meine ohren habe ich gelüftet jawoll leute ja jetzt noch mal spielen macht ihr spiel ich aber nicht noch mal gegen die oder ne ne spieß gegen gegen jemanden du bist gold jetzt oder ich habe keine rang in zwei gegen klassen hast du dein spiel auf die sd geladen oder warum wie kommst du drauf und jetzt gleich mit mir drin bist du macht normal habe ich mal warten dass ich ja keine ahnung sollte ich mal machen jetzt schick das war ein schöner abstauber was schon an der richtigen stelle aber gut gemacht ja ich bin ruhig ja jetzt ach komm schon warte mal ich habe das fausthink noch nicht ausgestellt das fängt mich gerade ein bisschen ab ihn und rein leider kann man ich habe es vorhin ausgestellt im spiel und dann übernimmt das nicht man muss glaube ich ein menü machen dass er das fausthink übernimmt weg nimmt du spielst mit fausthink an oder wer du noch immer vor sind hast du wusstest du dass das delay macht oder was normal echt ist immer so oder was dann ein programm quasi jedes jede einstellung wo das bild verbessert kostet leistung ja leistung ja aber das ist das ist die leute leistung ist bei bildschirm ich dachte gerade das zeigst du hab ihn ja 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 das heißt du machst auch kein antilasing schick schick ja habe ich jetzt auch nicht an aber das wäre das so bei dem spiel auch nicht wirklich also man sieht schon die kanten noch aber das ist wirklich nicht störend so sagen wir es mal so was macht der typ eigentlich hier ach so okay ich bin gewundert nein er hat ihn echt ja ich weiß nicht das war geil aus warte mal alle verrückt Zug ok den habe ich ach komm schon nervt nein doch ich habe mich noch berührt cool ja er geht rein ich bin ich bin also nicht wirklich was ich spiel nicht mehr wirklich ernst ja ja es macht keinen spaß ja das ist ja das bringt schon mit der drehung finde ich am anfang wenn man die richtig teilen was macht der jetzt der ist von raus oder bewegt sich nicht mehr ok ich dachte schon ja zu dritt finde ich schon macht schon mehr spaß so wenn man ich war früher zweier gewöhnt aber ein bisschen mehr action und man kann sich irgendwie besser aufteilen so über das spielfeld ja 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 sauber sauberst ich dachte ach so das wärst du gewesen das war's nicht du ach komm schon ja ja hau dir rein ach schluss war ich gut gerade aber ja hast du nicht hab ich ja 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 das war so schön aber wenn er nicht reingekommen wäre dann wäre reingegangen der war echt das war eine schöne aktion nicht so was so was und so was brauchen wir mehr so schön zusammen gespielt da kommen wir in die mitte ja 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 schick 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 neiiiiiin ich dachte da wär wär rein man das sah voll so aus von mir aus ob du es mir glaubst oder nicht okay okay ja ich bin noch in die mitte dabei ich hätte in die mitte ja gut immerhin zerstört fuck it wo ist der ball da ist der ball okay yes der ist gut gekommen aus der luft schön gehst du ne ja nein fuck gut gemacht gut 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 warum ist das war halte richtung nein 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 geil er hat uns abgewehrt ja 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 er kommt gut da kommt gut ich bin dabei ah nein 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 er hätte mir angehoben den hätte ich gehabt hätte ich sagen sollen aber ja nicht schlecht okay okay ja ja schick schick der geht rein ne 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 hat er noch ne 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 ja er hat sich auch verdrückt oder heißt da ist echt wie so ein verdrückter aus naja trotzdem die waren echt schlecht ganz ehrlich 9 von 10 noch einspielen habe ich ja bestimmt gold jetzt haben wir ziemlich viel gewonnen habt ihr abend noch was vor ja du hast recht ich komme schneller rein ich glaube das liegt an dem speicher oder ich merke es halt echt beim wechseln deswegen freue ich mich voll auf den neuen speicher wie ein kleines kind oh schön schick straight in die ecke zack jetzt okay ich habe ja alle weg da kommt schön nicht mehr ja schön schön mit dem mit dem popo rein mit dem popo ja ganz langsam bauch ja was auch immer das ist okay okay nein alle alle auch das war knapp das war knapp schön zu spät was mache ich denn für einen scheiß willkommen in die mitte schick schick genau oder ja zu langsam ja habe ich noch das war knapp das war letzte sekunde ja ja das war einer deiner ja 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 das war ja so schön gewesen jetzt meiner nein nicht mehr shit bist du übergeflogen ja die sind um welten besser als die feurigen ich habe ihn auch lassen können und gucken was du machst aber ich hatte einen guten winkel um ein wenig das war gut hat noch gepasst nicht schlecht naja dafür hast du schon drei teure gemacht kommt sei nicht so hart mit dir selbst doch die machen wir jetzt fertig bist du richtig geht gut ich hole ich hole ok Ah fuck, so hoch, selbe Item. Ah, fast! Nanananananananan... Ah fuck you, oder? Ah, das sind dann immer diese... Ah, so knapp halt. Schau mal. Ist jeder vorbei, weißt du? Ah, ja. Naja, mei. Okay, jetzt. Hab ihn. Das ist der Kerl weg. Ah, super. Okay, ich bin dabei. Ja. Fuck it. Ja, ich bin dabei. Ja, ich bin dabei. Ja, ich bin dabei. Ja, okay, okay. Jetzt bin ich dabei. Ich stehe optimal. Hallo. Ach, mein Name ist hier noch rum. Äh, da. Hallo. Hallo. Wer ist da? Hallo. Freypex. Hi. Hallo. Na, alles gut. Ja, Wahnsinn. Ja. Ich bin grad, äh, mit meinem Kumpel und man liebt es. Äh, perfekt. Der hat mir... Ah. Der hat mir letztens so ein schönes Training gegeben. Oha. Ach so. Ja. Ah. Der wäre schön rein. Ah, Mist. Jetzt kommt. Ja. Ich hab beide getötet. Haha, geil. Haha, geil. Ah, fuck. Ich geh zum Scheiße. Na ja. Gut. Trotzdem haben wir gewonnen. Ja. Ja. Na ja. Gut. Trotzdem haben wir gewonnen. Ja. Ja. Ah. Und, äh, Redpacks, alles gut? Ja, Wahnsinn. Ja. Ja, ja. Also, hab heute, hab vorhin mein erstes Clan-Training gemacht mal. War ganz gut. Nette, nette Truppe. Äh, ja. Bin mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Aber es hat echt Spaß gemacht, also muss ich sagen. Ja. Das spielt doch nice. Ja, ja, ja. Ähm. Bin wir jetzt zu zweit weiter oder will er mitspielen? Magst du mitspielen? Genau, wollte ich fragen. Ja. Ja, klar. Gerne. Ähm. Aber du bist doch... Diamant, oder? Alles gut, ich bin auf eurer Ehlung, wenn ich jetzt komme. Okay, okay. Äh. Dann, äh, lade ich dich mal ein. Ich meine, ich wüsste dich doch haben. Ähm. Ne, ne. Ich komm mit einem anderen Banker. Ach so. Jo. Sag mir gerne deinen Namen und gebe ich den ein. Mach ich sofort, statt als Spielgarten. Yes. Yes, yes. Yes, bye. Hi. Hm. Hm. Ja, hallo, Ednik. Äh, willst du auch mitzocken? Oh, zu viert ist aber echt. Ja, aber dann können wir nicht kompetitiv spielen, aber... Ähm. 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 Mein Name ist, äh, Ripex3. Ist ja auch original. Also wie dein Name nur... Mit einer 3. Äh. Ripex3. Großes X auch, ne? Ja, habt ihr eingeladen. Ähm. Ähm. Na? Ich spiele es auf dem PC auch, oder? Für ein PC, ja. Ja, natürlich. Angenommen. Super. Spitzenmäßig. Ich wollte nur gerade mal nochmal... Ganz kurz... Kurz... Spinner. Mag ich. Genau. Und hier... Ja, lieber, dass das passt. Okay. Was gibt's hier noch? Oh, hm. Ist gut. Okay. Ja. Äh. Du hast mich angenommen, aber ich muss dich erst noch einladen, ne? Das ist korrekt. Genau. Da ist er. Ja. Hat dich eingeladen. Oh. Alright. So kannst du auch kompetitiv suchen. Also wir können zu dritt losspielen. Also der Ethnic meint, er kann nicht. Ja, kein Problem, Ethnic. Äh. Ein andermal vielleicht. Ne? Ja, viel Spaß. Er muss noch ein bisschen FIFA zocken. Ich meine. Ich soll auf Einstellungen... Ah, stimmt. Guter Punkt. Ich muss ja kurz nochmal, äh. Unbedingt meine vertikale Synchronisierung aus. Ja. Äh. Ja. Auf Extras. Okay. Und dann? Was meint er? Ja, bin ich. Was kann man hier? Kontoverknüpfung verwalten. Mitwirkende Support. Nach externen Spielen suchen. Ah. Da war ich noch nie. Äh. Ja, Ethnic. Ich meine, das ist... Ich weiß, die Verzögerung ist ziemlich groß, aber eigentlich müsste es das jetzt gehört haben. Was sind? Auf das zweite. Nach externen Spielen. Nach externen Spielen. Nach externen Spielen. Geh mal auf das zwei. Hat er gemeint. Das soll das aufs zweite wahrscheinlich. Nach externen Spielen suchen. Okay. Hat er gemeint. Ja gut, dann legen wir los, Andi. Ja, du bist Chef. Ah, ich bin Chef. Ja, du. Und der meint wahrscheinlich benutzerdefinierte Spiele hin. Es geht nicht, hat er gemeint. Es geht nicht mit N-D. Das hast du geil geschrieben. Es geht nicht. Es geht nicht. Okay. Hey. Uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Kannst du gerne mal was beibringen an Fips? Ripex, wenn du was... Ach, oder einfach spielen. Oder einfach spielen, ja. Oh, erst mal schön. Ja. Ja, gerne, gerne, Ethnic. Ja, gerne, gerne, Ethnic. Ich mach dich mal. Ja. Mach dich mal auf. Ah, fuck. Oh, voll close, voll close, voll close. Küsschen Küsschen Ich hab ihn Okay Ah leck Schön Yes Ein Gegner ist ein Smurf Also ein Gegner natürlich Smurf Gegner? Hm Wie Waldus Ah Überwegt sich komisch Okay Ja du doch Vulkan ist aufgebrochen Was für Vulkan? Leastmann Ah Kleiner Kleiner Cool Was ist das denn? Was ist das denn? Trin Ich war auch zur Stelle Ich bin genauso parallel zu dir gesprungen Nur ein paar Meter hinterher Ciao Oh Geil Okay Klohne Nimmst du Was ist das denn? Safe und Smurf Ich bin nicht besoffen Ich hab gar nicht gespielt Ja Ja Alla Ich bin dabei Ja Ja Aber sowas von Ja Schön 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 Ich bin auch Der Die Der Der Er hat sich Zwecheneinander hoch gehoben Ja Alta Geil Der Schöen Das ist gut für mich. Gut für dich, ne? Ja, wenn's... wenn's für Erfolg weisen. Das ist ein bisschen hier. Das ist ein bisschen hier. Sehr schön. Ja. Ja. No boosts anymore. Leider. Ja. Ja. Schön. Schön. Vorgelegt. Sehr, sehr schön. Ja. Ja. So. Dann nehm' ich den oder... ne, der Ricardo. Ich... Sorry. Ah, Mann, ich... Ich hüpfe immer vorbei an den Ball. Ich wüsste natürlich. Irgendwie ist die Kamera einfach nur schalten. Ähm. Bin auch. Ja, kein boost mehr. Shit. Hey, die sind aber auch welche, ey. Schön, schön, schön. Ja, schick, 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 schick. Ich hab ihn. Hab ihn. Ja. Ah, an die Scheiße. Ah, okay. Wir sind von der Mitte. Okay. Okay. Okay, hat's ihn. Ja. Ich bin dabei. Alter. Oh, ich hab ihn noch vorbei. Ey, der sitzt jetzt. Ja. Schön. Okay, ich bin dabei in der Mitte. Ja. Ja. Ne. Ey, ich hab keinen Turbo. Ey, die haben die... die... total die Turbo-Rotation drauf. Gerade hab ich immer das Gefühl. Ich komm immer an. Ach, komm schon. Sorry. Ey, war ja nicht. Ja. Oh. Ach. 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 Nein. Na, war doch lustig. Ich bin unzufrieden. Wieso? Weil du 44 Punkte hast? Nee, weil ich... Nee, weil ich... Und denn nicht wegen der Punkte, sondern weil ich Scheiße gespielt hab. Deswegen. Thomas, so 44 Punkte. Ja. Ja, nix ohne wird besser. Ja, ja. Ich geh truf. Ja, geh truf. Ja, geh truf. Ich folge. Ja. 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 Ja, wir sind blau, halt. Oder kurzer. Mein Fuck. Bin dabei. Kommt. 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 Warte vorm Ton. Ja. Oh, oh, oh. Das ist schwer zu halten. Hm. Sind aber auch Smurfer. Hm. Weiß ich nicht. Ne? Hab noch nix gesehen. Okay. Wirft so auf mich. Ups. Entschuldigung. Mit hin. Unser Boots. Verschwinde. Mit hin. Verschwinde. Mit hin. Mit hin. Mit hin. Mit. 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 Sorry. Hi. Warten wir nochmal vielleicht? Ja. Hm. Hab ich. Und was? Bei uns. In Tübingen. Echt jetzt? In Tübingen? Oh, dann könnten wir da ins Kino gehen. Geil. Ja, das ist krass. In Tübingen ist alles anders. Hey, heute sind wir da ja hingefahren. Die hatten die Cafés. Du konntest in die Cafés gehen. Draußen. Die haben praktisch so ein Ticketsystem. Du musst dich vorher schnell testen. Und dann kannst du dir so ein Ticket holen. Postenlos. Du kannst praktisch in alle Geschäfte gehen. Ohne Termin. Und du kannst halt echt alles mögliche. Also du kannst jetzt in die Kinos gehen. WTF. Das ist halt echt. Die haben ein anderes System da. Also dass die das überhaupt machen können. Wunderten, die so lieb sind. Aber. Finde ich schon geil. Also ich hab schon. Dann könnte man da ins Kino gehen. Ja, ich find's auch super. Ja, ich find's auch super. Ja, sag das mal den konservativen Stück der Regierung, dass die das auch machen soll. Die wird das nicht machen. In Stuttgart. Nee. Komm schon. Ja, naja. Du kannst nicht außen, ja. Ja, naja. Nicht nur die du gestorben. Ja, aber ich möchte nicht wissen, wie klein die Kinos in Tübingen sind. Wobei, ein kleiner Kettchen muss eigentlich mal sein. Ich fahre nach rechts. Achso, achso, das ist die Scheiße. Okay, hab ihn. Noch schnell abgedreht. Ja. Ja. Okay, hier rein, dann bitte. Oh, schön. Das war ein Übersteiger. Weil zwischen die Füße genommen zu wird. Okay, ich folge. Ja. Nee. Okay. Okay. Oh ey, ich krieg's gut. Okay. Hallo, na, auf geht, auf geht. Ja, das ist alles gut. Ja, das ist alles gut. Ja, das ist alles gut. Nächster. Ja, das ist alles gut. Ja, das ist alles gut. Ja, das ist alles gut. Schnelles boosten ist irgendwie schlecht, hab ich das Gefühl. Ja, nicht immer, ich glaube. Ah, sorry. Ah, alles gut. Alles gut. Alles gut. Den hätte ich gehabt. Na gut. Habt ihr irgendwas? Nee. Alter. Na gut. Ah, Leck. Na gut. Auf den Eben ist er auch vorbei. Schick, schick, schick. auch wieder ab ja kann ohne er kommt er kommt ja ja nicht schön ja ja nein nein das ist schneller als ich ich wollte ein bisschen zu lang sein ne ich hab ah ja man darf nie damit rechnen dass der jeweilige andere den hat sondern lieber ein bisschen defensiver spielen wird ich hab gemerkt den hätte ich sonst wunderbar halten können wenn ich weiter zurückgeblieben wäre ja ja komm schon den hätte ich fast ach 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 ich weiß nicht ob man das so ganz klar ist es ist grundsätzlich erstmal nicht komplett falsch aber man muss trotzdem auch in manchen situationen den main einfach vertrauen und den gedanken den du hast den würde ich immer nur dann im kopf haben wenn ich der letzte mann bin wenn ich der zweite mann bin dann vertraue lieber an statt auf sicher zu gehen der letzte mann muss aber ich glaube ich war der letzte mann ja das kann sein das weiß ich jetzt gar nicht ok ich hab ihn ja nein mein Boot war leer nein bleib hinten Alter weg Nö. Das hab ich jetzt nicht erwartet. Der ist ja mir aber nicht gewollt aus, ehrlich gesagt. Also gewünscht ja, aber gewollt nicht. Okay. Oh, oh. Das war bitter. Das war ein Fake, ich hoffe. Alle weg vom Tor. Ja, das ist natürlich nicht gut. Wenn ich nur pusten könnte. Ja. Schick. Ich bin dabei. Ja, für den. Oder so. Oder so. Naja, den haben sie sich selber noch reingemacht, oder? Habe ich das richtig gesehen? Ja. Ja. Also, ich glaube, es ist nicht auf den Kopf gefallen. Ja. Aber diesmal ist da nicht zumindest gut. Ah. Voila. Ja. Ach. Ich bin dabei. Sie sind dabei. Ja. Entschuldigung. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ja. Das war eine gute Vorlage, oder? Den hätte ich zwar nie bekommen, selbst, aber... Ja, ja. Meinst du, hast den nicht mit der Absicht so schön gepasst, oder was? Doch, ich wollte den schon so in die Mitte spielen, nur ich hätte den Ball selber nicht bekommen. Ach so, ja, ja. Ich habe es mal gehofft, aber es schafft man. Ja, das ist schon eine Kunst. Ja, schön. Ich bin dabei. Oh, fuck. Nein, das war ja gar nicht schlecht, eigentlich. Aber ich wollte eigentlich zu dir spielen. Oh, zurück. Das ist okay. Jawohl. Okay. Ich bin noch dabei. Ei, 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 ei. Yes! Noch erwischt. Alter. Zerstört. da ja leck wenn ab ja nach hinten was man kriegen will und was man kriegt ist immer ein schöner Bump nein nein sorry was ist das los geht es nicht weg oder was keine gegner mehr nicht kein Tor machen es ist Zeit rennen doch noch einer da na ja einer ist noch da ein Tor machen dann müssen wir nicht auf die Wiederholung gucken ja vielleicht kann ich auch einfach ihn kaputt fangen wir können ja ein bisschen trainieren ja 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 Leute ich würde jetzt noch ein Spiel machen und dann habe ich ehrlich gesagt genug also meine Augen geht es heute erstaunlich gut vielleicht weil ich dreiviertel Tag nicht am Computer war zur Ausnahme ich habe heute einer Freundin geholfen ein Auto auszusuchen und genau und das hat sie jetzt er hat sich jetzt ein Golf gekauft dieses Auto war ein ehemaliger Unfallwagen der aber halt nur Karosserie Probleme hatte und nichts weiter und äh hat es echt günstig bekommen also vom Händler gekauft nicht gerade ok nein nein ah ja ja du hast ihn ja 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 du hast ihn ja 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 ich ja Das ist noch gut Boah Das ist noch ein bisschen gut, aber knapp Sorry! Waaah! Das war nicht meine Absicht! Das war auch nicht meine Absicht! Habt ihr ein Problem, ja? Nein! Nein! Aber da ist definitiv ein Smurf dabei! Ja, hallo Hund Gamer! Klar kenne ich dich noch! Na klar, alles fresh bei dir! Ich bin auf jeden Fall besser gesund! Ja, okay, keiner! Was meinst du? Ich bin auf jeden Fall besser! So! Alright! Ach, leck! Da kommt ein Tor. Yes! Endlich mal wieder ein Tor. Das ist eine schwere Geburt gewesen heute. Bei dir ist nicht alles fresh. Warum? Was ist los, Hundgamer? Das ist der geilste Name überhaupt. Hundgamer HD 007 heißt er. Das ist mein Lieblingsname. Boah, fuck! Ja! Ah! Grat so, ey. Schön ausgedribbelt. Danke. Man merkt aber schon, du spielst nicht richtig ernst. Du spielst eher so ein bisschen aus Spaß, oder? Testverfahren? Ja, durchspiel schon ernst, aber es ist nicht so einfach. Es ist teilweise schwieriger auf Low Elo. Gerade hier im Platin-Dia-Bereich. Es ist schwieriger zu lesen, was passiert. Ach, die sind... Ach, die sind Platin, oder was? Ja, also die Gegner aus dem Platin ist auf jeden Fall ein Smurf dabei. Naja... Kann auch sein, dass der Smurf besser ist als ich. Ja. Ja. Haha. Mabe. Wenn ich falsch anspanns. Ah, leck. Sorry. Ahaha. Jetzt hat er ihn in die richtige Richtung gedreht. Das ist auch okay. Oh, shit. Ah, Mist. Nein. Hätte ich Fuß gehabt, standen wir da rein. Alter. Ja. 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 Spielt das Spiel gerade noch zu Ende, oder höre ich auf? Nein. Ah. Ah, nee. Hä? Was? Ach so, äh. Ich weiß nicht. Schade. Ich glaube, ich... Ja. Schade. Aber Leute, es hat wieder Spaß gemacht. Ich war heute so kacke wie schon lange nicht mehr. Aber ich weiß nicht, warum. Haha. Ich war... Also, naja. Aber egal. Kommt schon wieder. Hm. Ne? Aber, ähm... Ich weiß ja nicht. Wenn ihr weiterspielen wollt... Ich hab halt vorher schon auch Training gemacht und so. Deswegen hab ich jetzt ein bisschen genug. Aber... Okay. Okay. Ne, dann, ähm... Ja, äh... Rayfix, dann schön, dass du auch dabei warst. Ja, danke, danke. Und... Dann, äh... gerne wieder, ne? Kann man gerne mal wieder spielen. Auf jeden Fall. Und, äh... Für alle Zuschauer, äh... Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Lasst gerne ein Abo da. Und, ähm... Ja, sonst schaut gerne auch mal auf meine Homepage vorbei. Da hab ich, ähm... Verschiedene Gaming-Hardware-Angebote im internationalen Preisvergleich. Und, äh... Ihr könnt auch mehr über mich erfahren dort. Und, äh... Ich hab da so eine schöne Auflistung von den besten dedizierten Gaming-Hardware-Phones. Und zwar sind da, äh... Eben hier das Asus RG von 3. Äh... Und auch verschiedene andere dabei. Mit, äh... Ranking und, äh... Pro und Contra. Und, äh... Demnächst werde ich das auch mal erweitern. Jetzt ist ja auch inzwischen das... 5er rausgekommen. Die haben vom 3er auf den 5er übersprungen. Genauso wie über Windows. Auch von Windows 8 auf Windows 10. Weil es cooler klingt. Keine Ahnung. Äh... Aber, ja. Auf jeden Fall, ähm... Wir sehen uns. Und, äh... Bis zum nächsten Mal. Äh... Wo ist meine Software? Jetzt...